Wer ihr in manch schwieriger Mission für das Kurfürstikum unterwegs seid und ihr ehrbarer Junker von Drede, Oberhochkämmerer hier an meinem kurfürstischen Hofe, euch tue ich, Philipp Christoph, durch die Gnade Gottes, Erzbücher und Kurfürst von Drede, kund und zu wissen, was meine Pläne sind. Da meine Residenz, das stolze Schloss, meine Filzburg, mit ihrem Flach wie ein Spiegel geschliffenen Marmor und dem prächtigen Festtale, lehrefürstig ausgestattet ist, so ist es mein vorfürstischer Wunsch und heiliger Wille, mich nicht nur um Glanz und Pracht meiner Residenz, sondern auch um das geistige Wohl meiner Untertanen zu sorgen. Hier in Mühlheim im Tal soll der katholische Glaube blühen. Da kommt mir ein Gedanke, dieser Stadt hier könnte doch mit einem nobleren Namen als dieses Mühlheim wohl besser gedient sein. So tue ich kund und bekenne öffentlich, dieses Gemeinwesen soll von nun an den Nomen Philippsthal erhalten. Ist es der spätere Geschlechter der Hinweis auf unsere wohlwollende kurfürstliche Regentschaft? Ich, Philipp Christoph von Sültern, Erzbücher und Kurfürst, wünsche es so. Wie euer kurfürstischen durchlaufte Liebe. Zurück zum Anfang. Mein Wille ist es, zur größeren Ehre Gottes und zum Heilen meiner Untertanen einen Orden nach Philippsthal zu rufen. Könnt ihr mir einen geeigneten Orden nennen, die geistliche Führung der Gläubigen zu übernehmen, nachdem die Augustiner-Eremiten uns so jäh verlassen und eine große Lücke zurückgeblieben ist? Ja, während diese Jesuiten, sie sind schon seit über 40 Jahren in der Koblenz. Nein, nicht die Jesuiten, sie sind mir nicht genehm. Ich war in ihrem Kollegium Scholar, sie sind mir von zu selbstbewusster Art. Ad filum sagen sie mir noch, wie ich regieren soll. Da drüben in der Weißerkasse in Koblenz gibt es die Dominikaner, zu deren Orden auch ich gehöre. Ach, die Dominikaner, zu Deutsch sagt man wohl, die Hunde des Herrn, diese geistigen Ratenbeißer Gottes, ganz vorzügliche Prediger, so wie ihr, aber Omlingonon ganz und gar nicht, diese nicht. Die rufußkönig Gnaden, wie wäre es denn mit dem Freund des Kanern, diese Abend drüben, auf der anderen Rhein sein, nur seit fast 400 Jahren, in der Kraft sogar, ihren Konventen. Ja, ja, die Franziskaner, mir gut bekannt aus meiner Zeit als Pischof von Speyer, ist die franziskanische Gemeinschaft des Ordens der minderen Brüder. Sie sind rechten Glauben, verstehen gute Messen, kluge Predigten und Katechesen zu halten, tauchen als Beichtväter, sind dabei eines verständigen Sinnes und guten Gemütes, und bescheiden gerade das Richtige für die kurköstliche Schatulle. Was denkt ihr, mein Herr Oberhofkämmerer? Nun, wenn die Patrier sich zu viel verlangen, der Verordnung nachkommen, nicht monatlich oder gar wöchentlich, im Bettestart und Sammeldüchstum herzugehen, Nun, so mag die kurköstliche Hofkämmererei sie bezahlen. Kontaktiere er eine ihrer beauftragten Brüder und veranlasse er ihn, hierher zu kommen.